Jo Leute, was geht? Willkommens zu einer neuen Runde Let's Play PixelGam 3D. Heute kommt mal wieder eine ganz normale Folge, wo wir einfach nur spielen, da es schon so spät ist. Habe ich jetzt nicht mehr Zeit für was längeres. Ja, deswegen wird es einfach eine ganz normale Folge, wo wir einfach nur spielen, die ich halt gleich noch schnell zusammenschneiden kann, weil es jetzt schon echt spät ist. Okay, dankeschön. Ach, mir ist gerade was aufgefallen, das wollte ich noch ganz kurz zeigen. Und zwar gibt es irgendwie keine Kisten mehr. Moment, wenn das lahmen würde, könnte ich das noch zeigen. Hä? Lol, hä? Da war doch gerade kein Geschenk. Und jetzt geht es wieder. Achso, gibt es doch noch. Ich wollte gerade sagen, es wäre abgeschafft worden. Gibt es aber anscheinend doch noch. War gerade ein kleines Bug. Ihr wundert euch vielleicht. Wo sind meine Juwelen hin? Ja, ich habe die alle ausgegeben und zwar für Gewinnspiele hier. Ich habe irgendwie zehnmal an diesen Rad gedreht. Das hat ein paar Juwelen gekostet. Äh, gelohnt hat es sich... Nein, nicht wirklich. Naja. Halb so wild. Wir gucken jetzt mal, welche Schlacht wir spielen können. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal die neue Map. Wir haben die zwar schon mal gespielt, aber da war es ja irgendwie so, dass... Wenige Spieler, oh. Äh, schauen wir mal, ob hier mal was los ist. Ähm, ja. Letztes Mal, als wir die gespielt haben, habe ich ja ein bisschen viel kommentiert und konnte mich nicht auf die Map konzentrieren. Äh, das versuchen wir heute zu ändern. Alles klar. So, weil wir alle in Team Blau sind. Hä? Hä, wir sind einfach... Also das verstehe ich gerade gar nicht. Was das auf einmal soll. Warum wir alle... Warum werden wir alle in Team Blau gemacht? Hallo? Ähm... Das gibt in meiner Augen keinen Sinn, deswegen... Äh, gehen wir da wieder raus. Ja, ich glaube, es sind kaum noch Maps spielbar hier. Noch keine... Wenige Spieler. Oh, shit, Leute. Falsche Urzelt auf jeden Fall. Ihr seht's hier. Wenige Spieler. Ach, du Scheiße. Es ist alles leer. Es ist alles leer. Scheiße. Haben wir hier irgendwas, was wir machen können? Oh mein Gott, Leute. Ihr seht's, noch keine Spieler. Hä? Noch keine Spieler. Ja, hä? Alles klar. Oh, wir können einfach... Ähm... So gut wie gar nichts spielen. Ich würde sagen, gehen wir einfach auf irgendeine Map, wo wenige Spieler drauf sind. Hoffen, dass da irgendwie wenigstens ein bisschen was los ist. Naja, hier hinten habe ich das gesehen. Zwar, der Supermarkt ist mit wenigen Spielern belebt. Äh... Sehr komischer Sache auf jeden Fall. Hier ist nämlich wirklich fast gar nichts los. Also, naja. Hoffen wir mal, dass jetzt hier... Es ist keiner da. Was soll ich euch jetzt in der Folge bieten? Ich kann euch gar nichts bieten. Es ist nichts los. Wenige Spieler. Wenige... Noch keine Spieler. Noch keine. Noch keine. Schaut euch das mal an. Es ist alles leer. Ich versuche es einfach mal hier drauf zu kommen. Ah, da sind noch keine. Ich gehe jetzt auf hier. Es muss doch irgendwo möglich sein, drauf zu kommen. Vor allem, da steht wenige Spieler und da ist eh keiner drauf. Wetten? Oh, da war gerade einer ganz kurz. Guckt euch das an. Ähm... Ja, ansonsten werde ich jetzt euch einen Cut geben. Aber was... Was bringt ein Cut? Ohne Witz. Wir kommen nicht... Es steht überall wenige Spieler. Ähm... Ja, ich würde sagen, das mit dem Zocken hat sich heute erledigt. Äh... Was können wir machen? Also jetzt bin ich gerade echt überlegen, was wir machen können. Es ist alles... Hier, komm bitte. Fahne Eroberung hier drauf. Wäre geil, wäre nicht. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Letzter Versuch würde ich sagen. Bitte, 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 bitte. Oh shit, Leute. Hier ist was los. Keine Ahnung, weswegen nur Russen anscheinend. Äh... Beziehungsweise nur Russen sind es, oder? Alles klar. Boah, hier sind einfach echt viele Russen unterwegs. Ähm... Gleich geht die Schlacht neu los. Dann ist ja... Dann sind hier wenigstens Leute voll. Da steht wenige Spieler, obwohl es jetzt auch viele gibt. Aber... Äh... Läuft auf jeden Fall. So... Neue Runde beginnt mit Fahneneroberung. Äh... Ich muss... Sorry, Leute. Ich habe gerade meinen Hocker verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Auf jeden Fall. Ich habe auf dieser Map... Noch nie Fahneneroberung gespielt. Deswegen habe ich keinen Plan, wo die ganzen Fahnen hier eigentlich sind. Äh... Wir gehen einfach mal auf Leute töten oder so. Keine Ahnung. Alles klar. Auch mit meiner Waffe, so gesagt, hat er mich getötet. Hä? Was ist das? Achso. Okay. Der hat noch ganz wenige Leben. Habe ich das schon vom Tre... Warum mache ich den nicht One-Shot? Ja, die Zielstaste verfehlt. Alles klar. Jetzt... Ihn... Ah... Verdammt. Jetzt komme ich so noch auf Zielen. Puh. Es ist sehr kompliziert. Ihr seht es schon. Ach, hier sind die Fahnen. Das habe ich jetzt auch mal gerafft. Achso. Alles klar. Äh... Steht zum Glück noch 0-0. Boah. Aber es war schon richtig knapp. Unsere Fahne wäre schon fast weg gewesen. Also... Ich will nichts sagen, aber Fahnenstatt macht schon... Macht schon ziemlich Laune. Hallo. Da ist jemand von dir rot. Ah... Wo haut der denn jetzt ab? Unsere Fahne... Okay. Fahne haben wir wieder zurückgeholt. Aber ihr seht... Äh... Und... Unser Team ist schlechter auf jeden Fall. Das kann man wohl so sagen. Ich versuche jetzt mal durchzuwaschen. Ähm... Warum kann ich den jetzt auf einmal nicht töten? Keine Ahnung. So. Hier von der Seite komme ich jetzt. Lol. Hier wird einfach ein Roboter... Ah... Kacke. Ich dachte, ich kann da vorbeirennen und dann mir die Flagge gönnen. Hat ja gut geklappt. Hä? Komm, 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 komm. Jawoll. Wer hat mich jetzt getötet? Okay. Manchmal verstehe ich nicht, weswegen ich sterbe. Oh. Ich dachte, die andere Waffe... Lol. Ich komme gerade nicht klar. Komm schon, komm schon, komm schon. Der muss einmal schießen, sieht er mich tot. Aber... Oh. Hat er mich getötet? Nein, war ein anderer. Okay. Ich dachte schon. Alter, das ist unser Stützpunkt. Lol. Okay, wir verlieren gerade. Wie ihr seht... Ach, ähm... Wir können aber... Ich kann jetzt auch nicht rausgehen und sagen, ja, wir verlieren zu viel. Bla, bla, bla. Das kann ich ja wohl nicht behaupten. Denn... Komm schon. Habe ich die Flagge? Nein. Lol. Die hängt da oben. Ah, wo ist die Flagge? Huh. Scheiße. Der kommt auch mit seinem Schleif-Sorberteil. Das geht natürlich echt stark. Wird auf jeden Fall eine Niederlage. Ist auch egal, aber... Ich kann euch einfach keinen anderen Schlag bieten, weil der Rest ist alles einfach leer. Richtig. Richtig lol. Einfach so. Habe ich noch nie gesehen. Alter, guck mal. Das sind alles so Russen, die sich nur Jetpacks und alles kaufen. Schaut es euch mal an. Boah, ist das abartig. Boah, ist das abartig, wie die sich nur alles kaufen. Äh, der hat sich nicht für mich interessiert. Bitte. Ich habe die Flagge. Ich habe die Flagge. Oh, shit, Leute. Wäre noch nicht nice, wenn ich hier was reißen könnte. Komm schon, hier muss doch irgendwas beschützt werden. Hier ist einfach nichts... Es ist unser Stützpunkt. Man kommt zu unserem Stützpunkt. Man verlässt sich da drauf, dass da irgendwie ein bisschen was los ist. Aber ist einfach nicht, weil einfach... Oh, das ist richtig behindert. Einfach hier das Gegnerteam die ganze Zeit unsere Sachen klaut. So, Flagge zurückgebracht. Wie sieht es eigentlich aus? Platz 3 in meinem Team. Und nicht mein erster. Schade. Aber war auch nicht wirklich zu erwarten. Bei diesen ganzen Wursten hier. So, das war richtig gut. Ich will mich ja nicht loben, aber das war schon eine geile Auktion. Das Video wird übrigens wahrscheinlich ungeschnitten hochkommen. Aber meine Videos sind eh kaum generell geschnitten. Also generell kaum geschnitten. Das wollte ich sagen. Also bitte seid mir nicht böse, weil ich das Video... Es ist schon so spät. Also ich muss es jetzt noch schnell online bringen. Aber ich habe ja auch heute im Livestream. Ich habe auch einen Livestream gemacht übrigens. Folgt mir! Werbung machen. Nice. Aber ähm... Auf Camcote. Und da habe ich auch angekündigt, dass das Video etwas später kommt. Haben wahrscheinlich eh nicht so viele gesehen. Aber trotzdem. Komm schon. Scheiße. Bitte. Holt euch die Flagge. Achso. Haben wir geschafft. Äh. 4 zu 9. Es wird eh eine Niederlage. Aber was soll's. Hat auf jeden Fall Laune gemacht, hier mal gegen Russen zu spielen. Danach ist doch die Folge schon wieder vorbei. Es war jetzt ziemlich viel mit Suchen. Äh. Hat ziemlich viel mit Suchen zu tun. Komm schon. Den kriegen wir noch. Den kriegen... LOL. LOL. Meine Munition war leer. Scheiße. Habe ich nicht gerafft. Der hätte noch locker zwei, drei Schüsse gewonnen. Dann wäre er tot gewesen. Ah. Hier steht ein Roboter. Okay. Ach guck mal schon wieder ein Russe. Alter. Was ist denn hier los? So. 16 Sekunden geht das. Und haben wir heute nur eine Schlacht gemacht. Aber ihr hättet gesehen, es war ziemlich lustig. Äh. Die Gegner zu suchen. Ich hätte es noch, wenn es zu lange dauert, hätte es rausgecuttet. Aber es ging ja noch. Es war ja noch akzeptabel. Die... Akzeptabel. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass die Maps-Suche noch akzeptabel war. So. Es ist abgeschlossen. Tuni abgeschlossen. Das gegnerische Team hat gewonnen. Äh. Ja. Wir haben nichts bekommen. Cool. Cool. Ja. Dann war's. Obwohl, wir sind jetzt sogar noch relativ zeitlich dran. Aber ich kann euch höchstens jetzt noch eine Schlacht auf dieser Map bieten. Und das finde ich da ein bisschen behindert. Ähm. Deswegen beende ich jetzt die Folge auf jeden Fall einfach mal. Ähm. Das war jetzt einfach mal so eine alte Folge. Einfach nochmal zocken, wie es früher mal war. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich... Das... Wie heißt es nochmal schnell? Jetzt bin ich gerade rausgekommen. Ach genau. Das Event wird nächste Woche online kommen. Ziemlich sicher. Weil danach bin ich ziemlich lange nicht da. Da wird so ein extra Video zu kommen. Auf jeden Fall. Nächste Woche wahrscheinlich dann das... Ziemlich, ziemlich sicher. Das Event. Aber das wurde nochmal ein extra Video angesagt. Wie viel Uhr und alles mögliche. Also bleibt einfach aktiv. Abonniert meinen Kanal. Dann werdet ihr es nicht verpassen, wenn das Video zum Event online kommt. Ja. Haben wir noch ein bisschen gelabert. Das war's mit der Folge. Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wie gesagt, das war's. Mach's gut. Servus. Und... Ciao.